Okay, wir sind jetzt auf Tiermaker Chat und wir werden jetzt etwas ganz bestimmtes ranken heute, okay? Alright? Wir werden was ganz bestimmtes ranken. Und zwar... Baddies aus Cartoons Chat! Oh yes! Oho! Oh shit, Digger! Frauen und Mädchen aus Cartoons, Bro! Nicht aus Animes, sondern aus Cartoons! Seid ihr ready, Chat? Ich muss sagen, ich kenne natürlich nicht jeden Cartoons. Das heißt, ich kann jetzt auch bei manchen einfach nur die Bilder bewerten, die hier sind. Oder nee, es gibt auch ein I don't know the character. Da werden auch viele reinfallen. Zum Beispiel aus der ersten Serie einfach die ersten drei. Die kenne ich nicht. Wobei, die bewerten wir erstmal nicht. Erstmal bewerten wir die, die wir kennen, alright? Die kennen... Ich weiß, ich habe das schon mal gesehen, aber ich weiß gerade nicht mal, was das ist. Das habe ich auch schon mal gesehen, aber nur gesehen. Ist Ariel die Mail-Frau, die neue? Boah! 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 Die Schwester von Prinz Suku! Chat! Boah! Boah! Warte kurz! Boah! Das Ding ist, in dem Anime war sie unermal frech und sowas. Aber ich sag euch ehrlich, das gibt mir Pluspunkte. Das gibt mir Pluspunkte, auch wenn hier die linke, muss man sagen, auf dem Bild die stärkste ist. Also sie kriegt auf jeden Fall von mir einen B-Rang. Die schon. Fresh, chat. Fresh. Ist das, ich glaub, das ist Real Talk gerade. Die, die wir, wo ich gerade gesehen hab. Die ist fresher. Das ist die linke hier. Boah, dicker chat. Chat. Uss. 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 Boah. Ah. Auf dem Bild nicht Ah, aber dicker. Auf dem hier. Boah. Oh, oh. Boah. Katara. Ist süß. Ist süß. Kriegt auch. Kriegt C-Rang vor mir, ja. Wobei, sie hat schon eine süße Hautfarbe, ne. B-Rang vor ihr. Doch, doch. Passt. Die ist ass, bro. Real Talk F. Die ist ass, bro. Die sieht aus. Die sieht nicht aus wie die Cousine von Prinz Zuko. Die sieht aus wie der Cousin von Prinz Zuko, bro. Aber musste ja auch eine dabei sein, die nicht so fresh aussieht. Sonst wäre ein bisschen unfair gewesen. Okay, die kenne ich auch. Das ist die, die auf diesen komischen Ameisenbell reitet. Die feiere ich aber nicht so. Die kriegt von mir Low Key auch ein F. Bisschen besser als die. Ja, das weiß ich nicht, was es ist. Das hier weiß ich auch nicht. Das hier ist aus, ähm, Danny Phantom, glaube ich. Boah. Ich weiß nicht, was Eli hier zu sagen würde, Chad. Ich weiß nicht, was Eli hier zu sagen würde. Man sieht halt die Unterhose, ne. Man sieht halt die Unterhose. Ich muss sagen, schwarz ist auch nicht so meins. Bin ganz ehrlich. Sieht zwar fresh aus und so, aber kriegt von mir nur ein C. Ist nicht so meins. Steht nicht so auf schwarzhaarige Real Talk. Digga, ist das beworben, wo der folgt? Boah. Boah. Bro, einer schreibt Rassist zu. Ich stehe nicht auf schwarzhaarige. Bro, was hat das mit Rassismus zu tun? Wenn ich nicht auf schwarzhaarige stehe, hä? Egal. Okay, die ist so, Digga, die toppt hier bisher. Aber noch kein S. Ich habe noch kein S vergeben, Chad. Ich habe noch kein S vergeben, Real Talk. Das kenne ich nicht. Das kenne ich nicht. Das ist aus Batman, ne? Ja, ich kenne den Cartoon aber nicht, muss ich sagen. Deswegen, aber das kann ich trotzdem bewerten. Wegen dem Film und so. Krieg von mir D. Ist nicht so meins. Ah, das ist aus diesen drei Elfen. Drei Fairies-Dinger da. Jokers Freundin da. Ja, ja. Das ist die Mutter, glaube ich, von diesen drei Elfen. Bruder, was ist das für ein Foto? Ist das real? Als ob die so ihr back... Digga, einfach bent over, bro. Die bückt sich einfach. Crazy. Okay, ja, nice. Bild ist fresh, auf Ernst. Nicht, dass sie jetzt denkt, ich stehe auf Mittau oder so, ne? Aber ist schon... Also das Bild gibt ja auch so. Wisst ihr, wie ich meine? Das Bild gibt ja auch Vibes ab. Candice, Candice, dick fit in your mouth. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ne, ist nicht meins. Kommt hierhin. Wo ich die Haarfarbe mag ich eigentlich, aber nicht meins. Oh, aus Aladin. Die Prinzessin. Wie heißt sie nochmal? Chat, wie heißt nochmal die Prinzessin aus Aladin? Jasmina? Jasmin. Prinzessin Jasmin? Das Problem ist, ehrlich, ich stehe nicht so auf Südländerinnen, ja? Was? Kommt mir jetzt sie. Sie vor Däger. Ariel. Ussssss. Ussssss. Ariel. Petit gabra. Ah. 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 Prinzessin Mulan oder wie sie heißt also so Asiaten eigentlich nicht so mein Teil aber sie sieht echt süß aus kommt für mich auch auf C ist das Tornröschen Aschenbutte Rapunzel Bell aus die Schöne und das Biest die von Hermine Granger gespielt wird Hermine Granger W sie auch W so so oh wow wow krieg von mir B Brohuda Dinger ist wer ist das wer ist das chat die kommt mir bekannt vor Digger ah wie kehrig hmmm aber ich kenn sie nicht Digger deswegen muss sie raus aber die wär jetzt auf Top 1 B Tarzan Timmy Turners Mutter woher kam das denn alter Junge was sind das für Kurven was sind das für Kurven was sind das für Kurven Chat ich steh eigentlich auf rote Haare und so hab ich die Gäste ich kenn die nicht die sieht aus wie aus der Legend of Korra hab ich aber nicht geguckt auch nicht ah doch Camp Ding Camp wie heißt das weiß aber grad nicht was sie ist auch nicht oh Shigo Shigo feiern unnormal viele aber das heißt doch nicht auf deutsch Gravity Falls Gravity Falls heißt das aber nicht auf deutsch oder doch auch auf deutsch Shigo feiern die meisten Digger ich bin ehrlich ist jetzt nicht so meins das kriegt von mir auch C rein jetzt kommt Kim Possible boh 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 Was ist das? Bro, sie ist 16. Na, 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 na. Kim Possible ist nicht 16. Hör auf zu lügen. Wie alt ist Kim Possible? Kim, die am Anfang der Serie schätzungsweise... Und in der vierten Staffel ist sie zwischen 17 und 18. Let's go! Okay. Aha, aha, aha. Was jetzt, Chat? Let's go! Legend of Korra. Ja, sieht so aus. Sieht fast so aus wie Katara gefühlt. Warte mal, ist sie nicht sogar nachkommen? Ich weiß gar nicht. Sieht erst aus. Oh, mein Gott, Digga. Wie heißt die Nummer aus Space Jam? Wie heißt die Nummer, Digga? Ich weiß, das ist ein... Ich weiß, das ist ein Hase, Bro. F. Lola. Lola. Und so aus. Vielen Dank. Die, äh, ist das die Schwester von Henry Danger Chat? Ist es die Schwester? Nein, wie heißt die nochmal? Johnny Tess, genau. Von Johnny, genau, genau, genau. Digga, Misty aus Pokémon Bro? Na, Digga. Die F, 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 ganz klar F. Ist ehrlich S. Okay, die restlichen, die hier unten sind, kenne ich gar nicht. Die sieht aber, uh, crazy aus. Der Rest kriegt von mir keine Überwertung, ich weiß nicht, wer die sind. So, W-Liste oder L-Liste Chat? W oder L, W oder L, W oder L. Ich glaube, man sieht ein bisschen an der Liste, dass Rothaarige bei mir ein bisschen bevorzugt werden, ja? L, ja, ich weiß, alle, die auf Schwarzhaarige stehen, schreiben jetzt gerade L, weil, ich denke, das Gefühl, eine einzige Schwarzhaarige in den Top-3-Rängen. Die ersten drei von zehn müssen auf S. C, eins, zwei, drei, nein. Nicht für mich, Bro, für dich vielleicht, weiß ich mal, ne? Jeder hat seinen eigenen Geschmack. Okay. Okay.